Willkommen zurück bei INFINITY LET'S PLAY. Ich bin hier gerade vor dem Stress. Und ja, da ist gerade der nächste Part. Angefangen. Boah, was für ein Stress. Boah, die Brennen nicht mehr scharf, ey. Hau ab. Boah. Boah. Boah, das ist knapp. Aber jetzt ist Leben besser als beim ersten Versuch. Boah. 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 Was ist das Ding? Verdammt. Okay, alles im Kasten. Das System ist sauber, der Verteiler ist grün und hat genug Saft, um es hier wie in Legas aussehen zu lassen. Ich mache alles dicht, damit uns niemand inzwischen verbrücken kann. Dabei können Sie mir nicht helfen, also verschwinden Sie. Ich kann uns nicht gelassen. Das reicht für Siebster. So, in den Fahrstuhl rein. Boah, gepackt. Das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rose ist schon auf dem Weg und braucht keine Esporte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. So, dann Leute, machen wir dann schnell einen Cut. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Bis denn.